ARD Text im Auftrag von Funk Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Das ist echt, siehste Wie geht's Ihm Söhntchen so, Frau Jenkins? Was macht der gute Victor? Ich würde gerne mein Guthaben abheben Oh ja Wie viele haben Sie denn noch? Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen Gut, dann nehme ich die Hallo Victor, ich bin's nochmal Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher nochmal sehen könnten Bitte Danke, Frau Jankönig Das ist für Sie Ich glaube, ich erinnere mich jetzt Sie waren extrem ehrgeizig Wahnsinnig ehrgeizig Vielleicht doch besser Trompete Na komm, nochmal von vorn Jetzt kriegst du kalte Füße Weil sich alle von dir abwenden Ich muss wissen, wie's ihm geht Es geht ihm sehr gut Halt dich doch von ihm fern Jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen Vergiss alles, was er dir jemals gesagt hat Heute geht's nur um dich Ich wusste, dass ich's nie ganz bis nach oben schaffen würde Bereit waren Sie ziemlich bewertet, Laura Nein Das ist eine sehr gute kitzende